Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Sommerspecial. Ihr wisst ja, ich überlege mir ja immer irgendwas Besonderes für meine Kunden und da ich ja mittlerweile ganz viel mit den Kräutern und Dressings und Ölen von Zapfern aus Dortmund koche und backe und ich immer wieder gefragt werde, wie schmeckt denn das Gewürz, wie schmeckt denn das Gewürz, habe ich mir folgendes für euch überlegt. Jeder, der ab heute bis Ende des Monats bei mir über den Shop bestellt und einen Bestellwert von 85 Euro hat, bekommt ja dann von Pemperchef ein Geschenk. Dazu könnt ihr euch folgendes aussuchen. Entweder ein Mikrofasertuch, das habe ich jetzt nicht hier, also wenn ihr das gerne haben möchtet, könnt ihr das wählen. Oder unseren Grillreiniger, der aus Holz ist und das Coole dabei ist, ihr seht, wenn ihr damit euren Grillsauer macht, der ist also, geliefert wird der praktisch so glatt, da seht ihr gar nichts. Wenn ihr das erste Mal damit euren Grill gereinigt habt, hat er genau, brennen sich genau eure Rillen, also euer Grillmaß brennt sich genau in dem Holz ein und ihr könnt super den Grill damit sauber machen. Hat einen Lederaufhänger, könnt ihr am Grill dranhängen, ist riesig groß, seht ihr auch, aus richtig geilem Holz. Den könnt ihr wählen. Oder mein Favorit, den Dursti. Der Dursti hat für mich, also ich finde, der wird immer zu wenig Beachtung geschenkt, weil der hat ein Fassungsvermögen von zwei Litern. Das ist schon mal das Erste. Welche Karaffe hat zwei Liter? Ich finde, der ist auch hübsch gemacht vom Aussehen. Das Geniale ist aber, das ist Kunststoff. Das heißt, sonst könntet ihr zwei Liter Fassungsvermögen in einer Glaskanne gar nicht tragen. Das nächste ist, der kann natürlich in die Spülmaschine. Würde ich jetzt nicht machen, weil Spülmaschine, wisst ihr, Kunststoff, da wird es vielleicht blind. Ich würde den von Hand aus waschen. Aber das Geniale ist, dass ihr, hier unten seht ihr, diesen Schutz drin habt. Das heißt, ihr könnt da zum Beispiel frische Zitrone oder Beeren oder was auch immer dazu geben. Und dieser Flügel, oder wie man das nennt, der hält dann zurück, dass die Früchte beim Einschütten rausfallen. Der ist auch ganz geschlossen hier innen. Also da können auch keine Wespen rein, gar nichts. Also ihr könnt da wunderbar am Tisch stellen oder unten Eiswürfel reinpacken. Und beim Schütten fällt das nicht raus. Also ich finde den klasse. Wie gesagt, ist auch ein Gastgeschenk diesen Monat. Die drei Mikrofasertuch, dieser Grillreiniger aus Holz oder halt der Dursti. Der Dursti hat, glaube ich, einen Wert sogar von 24 Euro. Die könnt ihr sowieso wählen. Ab 85 Euro Bestellwert bekommt ihr dieses Geschenk von Pemperchef dazu. Die, die schon mal bei mir bestellt haben, wissen, dass meine Kunden immer ein Geschenk bekommen. Als erstes gibt es von mir ja immer diese Rezeptbände. Das hat nichts mit Pemperchef zu tun, sondern die habe ich mit Kollegen entwickelt. Das ist Rezeptband 1, 2 und mittlerweile gibt es vier Stück davon. Ich sehe immer, habt ihr schon mal bei mir bestellt oder nicht. Beim ersten Mal kommt Band 1, dann 2, dann 3, dann 4 dazu. Da haben wir gemeinsam überlegt, was ist da drin. Also da ist eigentlich alles drin. Von Pizzen, Brote, Hefezopf, wenn ich jetzt mal schon Band 4 nehme, Kartoffelauflauf, Fitnessbrötchen, Schmandkuchen, mediterraner Kartoffelauflauf, Lasagne, Gemüsequiche. Also viele tolle Sachen, in jedem Band unterschiedliche. Die gibt es immer als Geschenk von mir dazu. Und jetzt kommt die Aktion Juli, wie gesagt, die ab heute gilt. Bis Ende des Monats. Nochmal in Bezug auf die Geschichte Gewürze und so, die ich aktuell immer benutze beim Kochen. Ich habe mir überlegt und zwar, welche Gewürze nutze ich am meisten. Das ist einmal das Gewürz, nicht Fleisch, nicht Fisch. Dann ist das Fleischeslust. Dann sind das die Schlemmerkräuter. Und das Aioli. Der Vorteil bei diesen Gewürzen ist, die sind alle ohne Geschmacksverstärker und sind wirklich gesunde, tolle Kräuter. Nehmen wir mal als Beispiel dieses Nicht-Fisch, Nicht-Fleisch. Ich lese mal vor, was hinten drauf steht. Diese Gewürzmischung ist ein wahrer Helfer in der Küche. Denn sie würzt alles feine Kräuter-Meersalzkombinationen. Sämtliche gekochte Gemüse, Suppen, Dressings, Marinaden, Kartoffelgerichte sowie Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, Reibeplätzchen, Rohkost, Kräuterquark, Kräuterbutter und Gratons. Salate aller Art verleiht sie eine raffinierte, würzige Note. So, was ist da drin? Also sind auch ohne Glutamat, ja, und ohne irgendwelche anderen künstlichen Zusatzstoffe. Jetzt bei dem ist zum Beispiel, enthält das Meersalz, mediterrane Kräuter, Muskat, Chili, Fenchel, Kreuzkümmel, Knoblauch, Kokama, bunter Pfeffer und Rohrzucker. So, meine Lieblings-, meine vier Lieblingskräuter oder Gewürze. Fleischeslust nehme ich zum Beispiel zum Würzen vom Fleisch. Hier nicht Fisch, nicht Fleisch, damit würze ich auch ein bisschen meine Salate, meine Suppen, meine Aufläufe. Das lest ihr ja auch immer in meinen Rezepten. Schlemmerkräuter für Salat, für irgendwas Überbackenes. Also die sind wirklich auch toll als Dip. Auch nicht Fleisch, nicht Fisch und Fleischeslust und auch das Aioli, nämlich auch zum Marinieren für Gegrilltes, Aioli für Fisch. Oder wenn ihr abends Feierabend habt und ihr habt wenig Zeit, einfach ein bisschen Quark oder Joghurt hiermit vermengen, kurz stehen lassen. Dann habt ihr einen super Dip für Brot oder Baguette, irgendwas. Also alles ist ganz, ganz vielseitig einsetzbar. Und die vier lege ich euch als Probetütchen. Also ich werde von jedem kleine Tütchen machen. Und dann kriegt ihr zu dem Rezeptband und zu dem Geschenk, was ihr euch von Pemperchef aussucht, von mir persönlich, vier Gewürzmischungen als Probepäckchen. Nicht in der Größe, sondern natürlich als Probepäckchen. Ein Geschenk dazu für jede Bestellung, die jetzt noch ab heute bis Ende Juni über meinen Shop eingeht. Ich hoffe, ich mache euch damit eine kleine Freude. So könnt ihr das nämlich erstmal ausprobieren. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr es ja bei Zapfhahn bestellen. Ja, wie gesagt, so überlege ich mir immer irgendwelche witzigen Aktionen und soll ja auch nie langweilig werden für euch. Und ich finde gerade so tolle, hochwertige Kräuter und Gewürze, ich glaube, die interessieren uns alle, gerade wenn man sich gesund ernährt. Und ihr werdet es lieben, wie gesagt, weil es wirklich tolle Sachen sind und ja, Gesundheit und wirklich vielseitig einsetzbar. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wie gesagt, ich schreibe natürlich nochmal genau den Zeitraum rein und schreibe euch nochmal genau rein, welche vier Gewürzvarianten ihr von mir als kleines Tütchen, als Geschenk dazu gepackt bekommt zu natürlich dem jeweils gewählten Rezeptband. Für mich ist es leichter, wenn ihr eine Bestellung aufgibt über meinen Online-Shop und am Ende der Bestellung ins Bemerkungsfeld eintragt. Was weiß ich, Judith, ich hätte gerne als Gastgeschenk den Dursti oder den Holzgrillschaber-Reiniger und ich hätte gerne von dir Rezeptband 2, 3, 1 oder 4. Je nachdem, welches ihr schon habt. Dann brauche ich nicht immer runterscrollen und es passiert vielleicht auch nicht, dass ihr irgendwas doppelt bekommt. Ihr Lieben, in diesem Sinne viel Spaß und lasst mich mal wissen, wie euch die Kräuter gefallen, ob ihr genauso begeistert seid wie ich. Bis bald, viel Spaß, eure Judith. Tschüss ihr Lieben.